Die Spoiler zu One Piece Kapitel 922 sind draußen und werden euch wie immer präsentiert vom Pile Report. Der Titel lautet General der 100 Bestien Piraten Kaido. Momonosuke wirkt ganz verzweifelt als er Kaidos Drachenform sieht. Law berichtet Kinemon, dass Ruffy, Zorro und er bereits erkannt wurden. Kaidos Ziel sind aber vor allem Ruffy und er, weil sie die Smile Produktion gestoppt haben. Ruffy macht sich Sorgen, weil Kaido über dem Dorf der Reste erschienen ist und macht sich auf den Weg dorthin. Law ist sauer, weil der Plan nun ruiniert ist, wenn Ruffy jetzt nach seinen Emotionen handelt, weshalb er hinter Ruffy hergeht. Kinemon und Kiku machen sich auf, um Utsuru zu retten. In der Stadt der Beamten herrscht große Aufregung, weil die Bewohner und Banditen vor Kaido flüchten wollen. Kaido schaut auf Shutenmaru und meint, dass er sich an ihn erinnert. Shutenmaru besinnt sich auf einen Kampf mit einem Drachen. Kaido ist allerdings betrunken und sagt nur fröhlich, dass er die Vergangenheit fallen lässt, wenn Shutenmaru sich ihm anschließt. Jack macht sich Sorgen, dass der betrunkene Kaido das Dorf der Reste verwüstet, weil von dort der Großteil der Arbeiter für die Plantagen stammen. Hawkins reagiert, indem er Kaido mitteilt, dass sich Ruffy und Law auf Odens Schloss befinden. Auch berichtet er, man hätte dort ein mysteriöses Licht gesehen. Wenn dieses Bauwerk auch die Ängste von Jogun Orochi antreibt, erwischt man vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe, wenn man dieses alte Schloss zerstört. Nami und die anderen ergreifen panisch die Flucht, als Kaido auf einmal in ihre Richtung kommt. Er öffnet sein Maul und zerstört das Schloss mit einem gigantischen Feuerharten. Man sieht vorher auch Nami schockiert sich das Gesicht, wie die Attacke wohl auf sie zukommt. Selbst Jack und Hawkins sind erstaunt über Kaidos Macht. Nachdem Ruffy gesehen hat, wie Kaido seine Freunde angegriffen hat, zieht er ihm ordentlich eins über den Drachenschädel. Und damit ist das Kapitel beendet. Ja, es scheint schon mal ganz lustig zu werden. Ruffy hält sich natürlich nicht in dem Plan und greift direkt mal Kaido einfach mal so an. Der Kampf kommt vielleicht früher als erwartet. Wir wissen es noch nicht genau wie das dann ausgehen wird. Was mich aber gewundert hat, ist eine Sache, dass Shoot Maru sich erinnert an den Kampf mit einem Drachen. Und ich dachte eigentlich durch die Vorgeschichte, also durch den One-Shot von Oda namens Monster, in dem auch Ryuma vorkommt, dass Ryuma den letzten Drachen vor hunderten von Jahren schon getötet hätte. Das ist jetzt ein bisschen seltsam. Da bin ich mal gespannt was da rauskommt, vielleicht sind doch nicht alle Drachen tot. Hmm. Auch die Sache, dass Hawkins jetzt einfach mal verrät, wo Ruffy und so sind, lässt jetzt so langsam die Blase platzen, dass Hawkins sich vielleicht doch noch den anderen anschließen wird. Und ja, was auch ganz cool ist, Kaidos einfach unschiere Größe. Die Gum Gum Elephant Gun von Ruffy ist gerade mal so ein bisschen so groß wie die Schädeldecke von Kaido in seiner Drachenform. Kaido muss wirklich wirklich gewaltig sein. Noch deutlich größer als Marineford, als Sancho and Wolf, als jede Riese, die wir bisher jemals gesehen haben. Ich glaube die unschiere Größe wird wirklich heftig, aber stellt sich halt natürlich die Frage, wie will so kleine Ruffy dann so eine Riesenbestie besiegen. Heizt die Spekulation natürlich nach einer Gum Gum Riesenform irgendwie an, aber sind wir doch einfach mal gespannt. Die Spoiler klingen auf jeden Fall schon mal sehr sehr nett. Ich bin gespannt auf das ganze Kapitel, das am Morgen erscheint. Ich hoffe auf jeden Fall die Spoiler haben euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr ja, einen Daumen nach oben und Abonnement da lassen. Und ich hoffe wir sehen uns auch beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein, ciao. 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2